Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 7. Wir haben letzte Folge diese Power Fist hier gekriegt, diese ultra geile Faust, die hier alles kaputt macht. Gut, die früher machen wir nicht kaputt, aber zumindest ist der Rest. Und wir können jetzt alle umboxen. Und ich würde sagen, kommen wir hier jetzt rein. Hundert Flüster, Hundert Flüster. Okay, hier ist anscheinend wieder zu. Dann gehen wir hier weiter. So. Ich brauche nicht mal das Ding vollständig aufladen, um die Piecher hier schon zu glätten. Da kommen wir nicht weiter. Bam, weg mit dir. Bam. So, Junge. Jetzt klatschen wir hier alle um. Hier geht es auch nicht weiter. Gut, wir kennen, dieses Haus kennen wir. Das ist das alte Haus im Sumpf. Aber. Oh, das ist gut, dass wir uns über die, über die Metallfaust erstmal Desinfektionsmittel rüber kippen. Das ist auf jeden Fall super. Technik ver... Oh Gott. Moment, Moment, Moment. So, Schnauze, Junge. Auch direkt tot, ne? Aua. Okay. Pass. Okay, wir machen sogar mit der Faust die Fettsäcke One-Hit. Das finde ich sehr gut. Eine Champion-Puppe. Fünf Prozent mehr Kraft. Das finde ich auch gut. Hier noch. Kommen wir, glaube ich, nicht rüber, ne? Ne. Dann müssen wir hier raus. Er muss davon sein. Er muss es. Okay. Boxer-Puppe. Vielleicht noch irgendwo eine? Nö. Okay, jetzt ist auch auf einmal die Musik ruckartig vorbei. Da liegt eine Leiche. Das ist der... Der Spot-Agent. Huch. Kleine... Ich kenne der Zoe da. Huch, was denn hier passiert? Ähm. Was hier passiert? Hallo? Glaube ich aber auch. Äh, da ich da noch nicht rein will, weil das sehr... Verdammt. Was ist hier passiert? Hier sind noch... Überall noch... Spot-Agenten, oder... Was auch immer. Verlorenes Inventar, wurde in eine Inventarbox gelegt. Was haben wir denn hier? Ah, Boxer-Puppen noch. Noch eine Champion-Puppe. Gibt hier... Zwei Esshilfe. Äh, das... Überlebensanleitung. Ja, komme ich nochmal mal alles mit. Fallbombe, Metallschrott, Wurfschwerer. So. Haben wir hier... Eine Akte. Wir haben die Gewebeproben analysiert, von denen wir annehmen, dass sie von Jack Baker stammen. Die Zellen zeigen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen, äh, physische und chemische Schäden. Das E-Serie-Mythamucet, äh, sondert ein Telomerase-ähnliches Enzym durch die Zellwand ab, wodurch eine anormale Aktivierung des ERK-Wegs ausgelöst wird, die eine Zellspaltung erzwingt und so beschädigt das Gewebe regeneriert. Okay. Jedoch führt die wiederholte Zellteilung rasch zu einer Auflösung der interzellulären... interzellularen Struktur, was zu dem verschlammenden, schlagähnlichen Effekt führt, den wir in den gesammelten Proben beobachten können. Unsere Arbeitshypothese, äh, schreibt dies in einem... Diese Wörter, ne? Arbeitshypothese. Was ist das für ein Wort? Unsere Arbeitshypothese schreibt dies einem Erreichen der High-Flick-Grenze zu. Ja, klar, natürlich. Dachte ich mir schon. Man beachte auch, dass die Proben von anderen Familienmitgliedern, die Ehrefrau Margaret, der Sohn Lukas und die Tochter Zoe, nicht dieselben extremen regenerativen Eigenschaften aufweisen. Okay. Die Symptome unterscheiden sich womöglich von Person zu Person. Weitere Forschung ist von Nöten. Plus Krebs. Noch eine Akte. Ähm, Produktbezeichnung AMG 78. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Transport von schweren Gerät und Vorräten zu erleichtern. Wenn angelegt, erfasst es die Nervenimpulse des Trägers und synchronisiert diese mit einem Servomotor, der eine maximale Leistung von mehr als 50 Pferdestärken erlaubt. Modernste Schockabsorber reduzieren den vom Träger geführten Rückstoß auf Null. Technische Spezifikation, maximale Leistung, 48 AP bzw. 6000 RPM. Maximales Drehmoment, bla bla bla, Gewicht. Okay. Das ist nicht so wichtig. Ähm, Chemikalien, noch eine erste Hilfearznei. Okay. Wir können hier nochmal eine weitere Hilfearznei craften. Und wir können speichern. Überschreiben bitte. Okay. Gut. Das war das. Dann können wir hier jetzt auch wieder raus. Hier noch. Okay, nicht so viel. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir durch diesen sehr merkwürdigen Tunnel, warum auch immer der hier aufgebaut wurde, in das Haus der Bakers. Ja. Ja. Das ist doch bestimmt keine Falle. Nein. Niemals im Leben. Ich meine, ja, meine Inspektion habe ich. Wo ist Jack? War klar. Das war so klar. Ich habe mich zwar trotzdem ein bisschen erschrocken, aber es war klar. Aber das Schöne ist, wir haben hier jetzt die Faust. Aua. Vollständig geladen. Du Sackgesicht. Okay, Moment, Moment. Oh, äh, ii. Vollständig geladen. Oh, das wird wieder richtig anstrengend. Oh, hier nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich muss kurz im Kreis laufen. Warte, warte, warte. Oh ja, Schnauze, Mann. Laden. Vollständig geladen. Du Sackgesicht, Mann. Ja, mal aufladen, aufladen, aufrapp, raps, 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 raps. Vollständig geladen. Scheiße. Scheiß Bruder, Alter. Vollständig geladen. Na, komm. Oh Gott, oh Gott. Okay, hier ist noch eine Erste-Hilfe-Arznei. Nimm die doch mit. Blöder Wichser, Mann. Hier ist noch eine. Ich weiß auch nicht. Du Sackgesicht, Mann. Ich weiß nicht, wie ich die aufladen soll. Der boxt mich immer vorher einmal. Hier. Nee, nee, nee. Der schummelt ja gar nicht. Oh, du Drecksack. Kleiner Pisser, Mann. Hier, dich. Oh Gott. Das ist echt schwer, den zu treffen, ne? Halt's Maul, Junge. Halt's Maul, Junge. Halt's Maul. Aua. Vollständig geladen. Sack, kommt schon, noch einen. Vollständig geladen. Ja, du kennst mich noch, oder? Weißt du noch, wie ich die als Kind die Nase gebrochen hab? Weißt du noch, wie ich den Sumpf geschmissen hab? Vollständig geladen. Arsch, Alter. Komm schon, noch einen. Vollständig geladen. Komm schon. Komm schon. Aua. Na, komm. Vollständig geladen. Komm schon, noch einen. Jetzt klappt das gerade richtig gut. Komm schon. Vollständig geladen. Nein. Okay, das war nicht so gut. Komm schon, komm schon. Noch mal. Jo. Hiel dich doch. Oh Gott, das war knapp. Oh. Nein, noch nicht heal, du Vogel. Oh, Mann. Der macht nicht das, was er soll. Nein. Nein. Jetzt healen. Das ist schon wieder sehr stressig, dieser Kampf. Scheiße. So, das Kampf gegen Jack. Jacks Generation bedeutet, dass er keine Wunden einfach ignoriert. Sie müssen ihm so viel Schaden zu finden, dass er sich mit mehr... Okay. Äh, haben wir denn irgendwo noch vielleicht noch mal... ...die zweite Faust? Die muss ja auch irgendwo sein, oder? Ich hab eigentlich gehofft, dass wir die vor dem nächsten Kampf mit Jack noch mal kriegen. Irgendwie hierher oder so. Aber es sieht nicht sehr danach aus. Das ist schlecht. Okay. Auch nichts mehr. Hier kommen wir her. Hm. Okay. Ich bräuchte vielleicht noch einen Ast, aber... Au, wir haben noch die Bombe. Das? Achso, das ist der Faust. Okay. So, komm. Ja, ja. Sorry. Oh nein. Oh Gott. Jack. Oh, was? Oh, Jack. Hallo. Ey, was geht? So, Junge. Gleich mal hier... Den hier hinsetzen. Na, komm. Äh, die kann ich nur ablocken, leider. Du Sackgesicht. Komm schon. Die kann ich wirklich nur ablocken, diese Gummischläge. Äh, diese Schlangenschläge, meine ich. Weil da kann ich nicht von nicht getroffen werden. Du Sack. Komm schon. Ich hole mir hier gerade mal noch die Erste-Hilfe-Dinger. Bevor ich die gleich vergesse. Laden. 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 Vollständig geladen. Nein. Scheiße. Komm schon, Jack. Lass das. Aua. Hier dich. Hier dich. Hier dich, Joe. Hier dich. Sehr gut. Gut. Na, oh wow. Ich habe schon wieder die quatsche Taste gedrückt. Ich denke immer... Oh, Alter. Ich bin gerade super nervös. Deswegen mache ich hier nur Scheiße. Ach ja, komm doch. Schon wieder eine Erznaieben verbraucht, aus Versehen. Vollständig geladen. Sackgesicht. Komm schon. Laden. Vollständig geladen. Vollständig geladen. Nein, er ist ausgewischen. Laden. Oh, Mann. Ich habe nicht Steuerung gedrückt. Warum le... Ah, okay. Man kann so übrigens ausweichen, habe ich gerade festgestellt. Das wollte ich nämlich die ganze Zeit probieren. Laden. Laden. Dieser Penner, Alter. Jetzt ist auch mal gut, Mann. Ich bin total nervös. Ich drücke immer die falschen Tasten. Laden. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Ja, okay. Ist ja gut. Laden. Vollständig geladen. Penner, Alter. Komm schon. Komm schon, komm schon. Noch einen. Komm schon. So. So. Komm schon. Du Penner, Alter. Aua. Oh Gott. Nein. Nein, ich bin wieder hoch. Nein, ich bin wieder hochgegangen. Oh, ich zitter total. Oh, dieses Spiel macht mich echt fertig, Mann. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich gegen den vorgehen soll. Oder beziehungsweise wie ich richtig gegen den vorgehen soll. Weil irgendwie ist immer irgendwas... funktioniert irgendwas nicht. Alles klar. Alles klar. Gleich nochmal. Das kriegen wir auf jeden Fall noch besser. Ich darf nicht so ganz entspannt sein. Hallo, Zoe. Ich nehme hier erstmal die erste Hilferarznei. So, hier auch noch. Haben wir hier noch irgendwas? Jetzt kann ich mir auch erstmal in Ruhe umgucken. Hier vielleicht irgendwo die zweite Faust. Sieht nicht danach aus, aber es hätte ja sein können. Vielleicht. Dahin. Eigentlich klar, oder? So. Dann lass uns noch. Oh ja. Hallo, Jack. Äh, so. So, Junge. Laden. Laden. Vollständig, ihr Laden. Ich dachte, er schlägt von der Seite. Scheiße. Na, komm. Okay, ich lass mir jetzt erstmal Zeit. Genau, komm schon. Du kennst mich noch, oder? Weißt du noch, wie ich die als Kind gerade gebrauchen hab? Weißt du noch, wie ich den Lensopf geschmissen hab? Aua. Okay, komm schon. Vollständig, ihr Laden. Nein. Oh Mann, ich denke mal, er macht diese Kackdinger von der Seite. Laden. Vollständig, ihr Laden. Laden. Vollständig, ihr Laden. Aua. Hier, 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 hier. Ich erreich dich jetzt, Peter. Glaube ich eher nicht, Jack, aber gut. Kannst ja gerne probieren. Laden. Vollständig, ihr Laden. Komm schon. Gleich mal. Laden. Vollständig, ihr Laden. Laden. Vollständig, ihr Laden. Komm schon. Aua. Komm schon. Ich bin jetzt gut dabei, auf jeden Fall. Vollständig, ihr Laden. Aua. Ja, ja, mach mal ruhig hier. Hä, was? Aua, Aua, Alter. Hör mal auf, Junge. Hä, wieso tritt der denn auf einmal unten? Der schummelt aber sowas von, der Junge. Komm mal auf, jetzt. Junge. Oh, echt. Ich drück immer die, ich, ich reagier immer falsch. Komm schon. Halt's Maul. Da bin ich gut ausgewichen, würde ich mal sagen. Komm schon. Komm schon. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Die Schnauze, Jack. Vollständig geladen. Halt's Maul. Laden. Komm schon. Vollständig geladen. Alter, nein. Nein. Oh, ich komm nicht hin. Oh Gott, jetzt habe ich wieder eine verbraucht, weil das Spiel behindert ist. Aua. Hör mal auf jetzt. Hör mal auf jetzt. Laden. Vollständig geladen. Halt's Maul, Junge. Laden. Vollständig geladen. Das ist ein Abschied von der Familie. Ja, komm schon. Boah. Boah. Alter. Komm schon. So, Zoe. Ja, ich wette, der steht gleich wieder auf. Der wäre ja typisch. Halt durch. Gleich geht's dir besser. Komm schon. Komm schon. Klappt das? Zoe. Wach auf, Zoe. Joe? Was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Es ist jetzt vorbei. Los, 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 los. Stehen bleiben. Die Hände hoch. Runter. Waffen runter. Waffen runter. Ist okay. Sie sind wohl Zoe Becker. Mhm. Wer fragt denn? Chris Redfield. Wir haben nach ihnen gesucht. Wir helfen. Ihnen wird es gut gehen. Ich war drei Jahre mit diesen Monstern reingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Hör mal. Tief im Innern waren sie noch deine Familie, die dich liebt. Besonders dein Daddy. Selbst in seinen letzten Tagen. Wir haben sie. Tafelsmädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte sie sprechen. Zoe. Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Du hast mich nicht vergessen. Ich sag dir, ich schicke Hilfe. Und ich halte meine Versprechen. Danke, Ethan. Ja, Freunde. Das war's dann auch schon mit dem DLC. Zoe's Ende. Ja, das war doch in Ordnung. Gut, alles klar. Ich würd mal sagen. Ja, äh, Extremhaushalt. Okay. Jo. 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 Alles klar. Gut. Haben wir das. Alles klar. End of Zoe ist vorbei. Und es war ein cooles DLC, fand ich. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm. Ja. Ich fand den Charakter Joe auch sehr cool. Also dass das so der Bruder war von Jack. Und so der Stärkere von den beiden. So der Hau drauf. War mal eine coole, eine coole Abwechslung auf jeden Fall in dem Spiel. Und es hat mir sehr gefallen. Und ich habe eben beim Starten des Spiels festgestellt, da das jetzt die zweite Aufnahmesession davon ist, von dem DLC. Ähm. Habe ich festgestellt. Moment. Immer hier aufs Spiel verlassen. Und zwar haben wir noch bei Zusatz. Und da hat er noch eins mehr. Kein Held. Not a Hero. Chris Story. Ethan's Kampf ist vorbei. Aber es gibt noch ein letztes Problem zu lösen. Und diese Aufgabe fällt Chris Redfield zu. Einem Veteranen im Kampf gegen den Dio-Terrorismus. Und das war eben der Typ, der mit Zoe gesprochen hat. Ich kann mich übrigens mal wieder einschalten. Hallo. Ja. Und das haben wir jetzt noch über. Kein Held. Und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Das wurde mir jetzt heute erst angezeigt. Ich weiß nicht, ob das vorher schon da war. Oder ob ich es eventuell übersehen habe. Oder ob das tatsächlich erst jetzt rausgekommen ist. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Resident Evil 7. Auf Wiedersehen.